Ah, da können wir mit dem LKB nicht durchführen, weil der LKB wird fast geklaut. Oh, ich glaube, da müssen wir sogar durch. Ist der wirklich klar? Was ist denn das hier für ein Ding hier? Das ist der Scheiß über den Möbel, der gefahren ist. Mein Gott, das ist einfach zu schwer für uns. Da hat er nur ein Scheiß-Schraubenzieher. Oh, eine Schaufel. Oh, eine Schraubenzieher-Schaufel. Da liegt noch irgendwas. Vielleicht stehen wir nicht mehr rum. Vielen Dank an Sie, nicht stehen wir rum. Ja, feine Sache, aber bringt uns irgendwie nichts. Schon ein abgeschmutzter Blumen-Schmerz. Irgendwas anpacken. Nein, das ist nichts. Ach, da muss ich auch gar nicht gelb an. Ja, hier sind überall so komische Tafeln. Hier... Ja, wie bei der Tür hinten. Da ist drinnen ja ne Schaufel, geh nochmal rein. Meinst du nie? Nee. What the fuck? Ich hab jetzt auch was im Ausgraben irgendwo. Alles was wir haben ist diese verfickte Mülltonne. Ah! Wieso fällt denn ein Schraubtier raus? Ich denke, die gibt's die gibt's gar nicht. Mysterious. Das war jetzt irgendwie kacke. Mann! Das ist ja nicht für Indiana Jones ey. Oh no! Du musst nachher mal hier heile so. Los, Mann! Mach den hier erstmal platt hier. Kannst du da reinfahren und den Tanker noch platt fahren? Warte mal, ich kann von da hinten wieder reinfahren. Nee, kann ich nicht. Mhhh. Voll die Lampe blatt. Los, jetzt geht's eben wieder. Da, 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 da. Bäm! Wie jetzt? Ja. Wo wird dieses Ding unten zurückgehen? Ha! Warte mal. Von den LKW da voll können wir da rauf springen. Ha ha! Ha ha ha! Nicht da hin! Hier hin! Oh nein, du hast das wirklich über die Barriere geschafft. Yeah! Hä? Warte. Das ist ein ganz gutes Rätsel. Keiner ist da. Zeug ich jetzt ein bisschen da. Wer ist hier? Ach, wir müssen das selbe Bild erstellen, was da noch gezeigt wird. Nein! Richtig falsch. Okay. Kann man das jetzt für den anderen auch machen? Da sind zwei Raketenwerfer. Ach was. Die liegen da immer wieder. Jetzt können wir alles zerstören. Was geht's hier aus? Erst geht's noch. Deine Mutter! Was? Was? Nein. Und wieder zurück. Boah. Er ist weg. Oh fuck, ich hab's doch. Nein, das geht und nein, das wollte ich nicht. Geil, es hat uns nix gebracht. Krass. Hier hätten wir die Schaufel gebraucht. Wie kann man das nicht rätseln? Ja, vielleicht kommen denn hier so Rätseldinger, wenn man... Warte, warte, vielleicht müssen wir einfach das Bild da oben wieder erzeugen. Eine 7. Eine 7? Ja. Jetzt weiß ich mal schlecht. Ich hab's jetzt nicht gesehen. Ja, irgendwo sind hier irgendwo anders. Ich vertraue dir jetzt einfach mal. Ich guckst du da oben, warum komm ich da nicht hoch? Schräg auf, du. Warte. Wie jetzt? Warte mal, guck, guck, wenn das nochmal zurückgeht. Oh Mann, du holt mir ja nicht, hab dir gesagt. Ohhhh. So ist das auch so. Ja. Wir sind auf dem richtigen Weg. Worum leuchtet mein Raketenwerfer, wenn man leuchtet mir mal? Weil das nicht mehr viel wie jetzt oben ist. Wow. Hey, hey, hey. Wow, wow, wow. Da oben liegt jetzt auch ein Schraubenzieher, komischerweise. Oh, das muss ich mal. Oh. Ja, ich könnte es nicht mehr so tun! Ja, ich könnte es nicht mehr so tun! Come on, die Schüche! Come on! Oh, man! Come on! Das ist ein Verräter. WTF? Den Zimmer wird er kämpelt, verdammt. Deiner hatte keine blauen Augen machen. It's a boss battle! Oh man! Ich brauche die Fresse. Ich brauche es kaputt, Mann. Ach, Päitschen. In der Zwischen, in der Zwischen. Für mich. Ich brauche mehr Schafen. Ich weiß nicht. Das ist eine ganz viel kräftige Frau. Ja. Was macht denn der Erbschmatzer da oben? Schmerzen. Ich brauche auch eine Schaufel. Bestimmt ist wieder in so einer Tonne eine Schaufel. WTF ist das hier? Ich fänge die nur so ab. WTF? WTF? Ähm. Ja. Oh nein. Jetzt bringt einer rüber rein. Gar nicht. Da scheint bestimmt der Typ da drin nachher an. Ja. Ich fieße die Leiter auf. Ich muss dann aufgehen. Auf jeden. Was tilst du? Und. Huwah. Geht auch nicht! Hey! Wir müssen einfach nur was hier nicht hinbekommen. Ja, wir müssen den einer reinballern oder so. Warum hast du das denn hier? Hätt ich mir zu Ende gedacht. Bring es zu Ende. Achso. Aua! Boah, ist das aufgewählen, man. Abgeschmerzt, die Blumen schmerzt. Hier, ziehen wir die Fresse auf links. Da waren die doch schon.